Die Nage- und Gesundheitsstudie ist die größte Bevölkerungsstudie in Deutschland. Wir wollen wissen, was die Ursachen für die Entstehung von Volkskrankheiten wie beispielsweise Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Dadurch können neue Ansätze entwickelt werden, um Krankheiten durch Vorbeugung zu verhindern, um sie möglichst früh zu erkennen und sie auch bestmöglich behandeln zu können. Dazu werden deutschlandweit 200.000 zufällig ausgewählte Teilnehmer in regelmäßigen Abständen untersucht und befragt. Für Sportler ist die körperliche Leistungsfähigkeit und die Gesundheit das höchste Gut. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Rhein-Neckar Löwen sich für unsere Studie und auch die Gesundheit in der Bevölkerung stark machen und sich hier im Studienzentrum anhand unserer medizinischen Untersuchungen durchchecken lassen. Ja, wir bei den Rhein-Neckar Löwen wollen als Profisportverein natürlich Vorbild für die Gesellschaft sein und unterstützen daher aus vollem Herzen die Forschung der Narko. Und wenn wir die Chance haben, die Früherkennung und auch die Prävention von Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Herzinfarkten zu verbessern, dann möchten und müssen wir das natürlich auch tun. Ausatmen und dann den Luft anhalten. Wir wünschen uns, dass die Narko-Gesundheitsstudie noch mehr an Bekanntheit gewinnt und dafür ist das Engagement von jedem Einzelnen gefragt. Also, umso mehr an der Studie teilnehmen, desto besser werden die Ergebnisse.